hi leute servus ich bin der renten wir holen jetzt den letzten joker infizierten hoffentlich ich bin mal gespannt ich bin mal gespannt ob wir john charisma ausschalten können oder gefangen gefangen nehmen können so nehmen wir das explosiv gelb hallo warum geht es okay da ist da und der ist direkt down gegangen leck mich am arsch wie kommen wir weiter jetzt weiter wie geht es weiter lass mal gucken guck mal da was haben wir hier keine ahnung ich gehe mal durch die tür zu stage ich glaube ich drehe jetzt wieder durch was haben wir denn da aufwachen aufwachen was ist los glaubst du ich tu dir weh warum ich bin nicht der böse hier und nein 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 das ist batman hat dich verlassen ausgesetzt wie einen ungeliebten hund kann ich ihn behalten daddy oh bitte 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 ich werde mich gut um ihn kümmern alles was du möchtest prinzessin man soll ihn nur auch als deinen erkennen er soll doch nicht wieder hier enden oder nein daddy ich will ihn für immer behalten ist das stört ohne witz und der robin kommt wieder angerannt servus ja im letzten part habe ich euch die biografie von jason tot gezeigt mir geht's gut das ist schon länger nicht passiert einer ist noch übrig ja den holen wir jetzt kommen den holen ich habe ein duett geplant für uns kann der knill und unsere wundervoll musik na jo komm robin bleibt draußen die dummen kommentare von hinten gell wo ist die fucking das a hier hallo das schloss ist rein mechanisch ohne elektronische teile daran funktioniert mein distanz hacking gerät nicht was bedeutet wir brauchen die richtige kombination henry ich brauche ihre hilfe schicken sie mir die aufnahmen der überwachungskamera in abschnitt c sie können sie vom computer in dem raum dort verschicken sie können die daten mit dem bedienfeld rechts isolieren ziehen sie den finger darüber ist diese technologie ist sehr interessant ich kann die kamera sehen markieren sie den bereich der letzten zehn minuten fertig das sehe ich danke henry so jetzt müssen wir natürlich wieder ach achtung so zelle auswählen nein 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 auch nette tastenfeld zugriff geh wieder raus geh wieder ja kann ich da nicht zoomen ah doch nein 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 ah du bastard ähm so nein 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 zurück und ich gucke jetzt in den spiegel was ist das 5 3 9 5 3 9 0 5 3 9 0 5 3 9 ja sauber und auch noch spiegelverkehrt gedacht ich hab's voll raus mit dem batman charisma trägt eine bombenweste und im raum sind fünf weitere bomben verstanden haha schön dass du es einrichten konntest batz sei nicht schüchtern auf der bühne ist auch platz für zwei nein wirklich ich bestehe darum wie du sehen kannst ist die mänge schon ganz fieberig als würde sie bald explodieren ist der geil ohne witzes super ist das kaputt ich hab's erwischt ich steck dir im kopf also wer lacht jetzt zuletzt und dann in Alcamps ach ich steuere der robin hinten ok batalian völlig die schnitte ich starb und du standst einfach da ich hab jetzt extra gewartet bis der joker mich nicht mehr sieht beziehungsweise schon charisma klar wir würden vereint wer lacht jetzt zuletzt ok ich steck in deinem kopf und ich lache ist der song geil du fühl dich mit furcht und ich kann nur lachen deine eltern sind tot und ich kann nur lachen was sonst bleibt mir ich gehöre jetzt zu dir ich bin der clown fürst der gaunerei und wir hatten viel spaß wir zwei du bist du bist ich und ich bin du genau so ist was willst du tun bin so drauf gespannt die macht zu haben wer lacht dann zuletzt du siehst nur noch rot ich muss das war knapp schneller 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 du bist du bist im selben boot und ich kann nur lachen deine freunde sind tot und ich kann nur lachen muß du bist ich schweiz lieber. Ist das kaputt? Ist das kaputt? Es ist so geil. Ich warte, bis er mir den Rücken zutreht und dann renne ich auf den Zoo. Jetzt. Warum? Ich hab doch extra alle Bomben entschärft. Ich hab doch alles gemacht. Warum? Warum bist du so böse? Warum bist du so böse? Ach, fick dich, ey. Alles nochmal? Alles nochmal? Okay, dann werde ich schneiden, bis ich wieder an der Stelle bin. Bring mich nach Haus. Haus ins Asylum. Niemals allein im Asylum. Es war die pure Anarchie. Aber gelächelt hast du nie. Dich hat's erwischt. Ich steck dir im Kopf. Also, wer lacht jetzt zuletzt? Und dann in Arkham City. war Talian fällig die Schnitte. Ich starb und du standst einfach da. Doch als ich dir in die Augen sah, war mir klar, wir würden vereint. Wer lacht jetzt zuletzt? Ich steck dir in deinem Kopf. Ich steck dir in deinem Kopf und ich lache. Ha! Erfüll dich mit Furcht und ich kann nur lachen. Deine Eltern sind tot und ich kann nur lachen. Was sonst bleibt mir? Ich gehöre jetzt zu dir. Ich bin der Clown, Fürst der Gaulerei. Und wir hatten viel Spaß, wir zwei. Du bist ich und ich bin du. Genau so ist, was willst du tun? Runter, hoch, runter, runter, hoch, hoch. So, Leute, ähm, die Bomben. Ne, halt, die eine ist noch nicht entschärft. Ich hab eben gedacht, ich schätze alle entschärft. Gut, dann warte mal kurz. Können wir jetzt, können wir's machen. Ich hab aber gerade keine Idee, was ich machen soll. Ja, aber wie, was mach ich jetzt? Oh ja, du wirkst so, gekommen, denn du weißt, meine Zeit ist gekommen. Ich lieg dir im Blut, so quietschfidel, weil schon geb ich den Befehl. Nicht mehr lang und du wirst töten. Wer lacht dann zuletzt? Barbara ist tot und ich lache. Ich hab keine Ahnung. Jason Todd ist tot und ich kann nur lachen. Selbst ich bin tot und kann nur lachen. Was sonst bleibt mir? Ich gehöre jetzt zu dir. Ich weiß nicht, was ich machen muss, verdammt. Ich muss lachen. Sitz im selben Boot und ich kann nur lachen. Deine Freunde sind tot und ich kann nur lachen. Ich kann auch mal versuchen, mich an den Rand zu schleichen, aber das scheint's ja irgendwie nicht gewesen zu sein, oder? Ich steck in deinem Kopf und ich lache. Erfüll dich mit Furcht und ich kann nur lachen. Jetzt ausschalten. Die Eltern sind tot und ich kann nur... Warum auch immer. Keine Zugabe. Gut, den hätten wir. Und der soll ein echter Sänger sein? Sogar Alfred kann besser singen als der. Ich fand's super. Kein Problem. Ich tue der Musikwelt nur einen Gefallen. Schaff mir den Chorknaben zurück in seine Zelle. Batman, bitte. Du musst mir helfen. Diese Quinn und ihre Schergen versuchen hier einzubrechen. Nicht auszumalen, was sie mir antun wird. Ganz ruhig, Henry. Ich bin auf dem Weg. Robin, warte hier mit den Infizierten. Ich kümmere mich um Harleys Manner. Alles klar. Dann retten wir mal den Henry. Naja, geht's ins Ohr. Alter Vater. Ich hab gedacht, man hört's noch weiter. Hört man aber nicht. Ja. Erstmal hier entlang. Und gleich gibt's wahrscheinlich wieder einen feten Kampf. Fäten, Fäten, Fätenkampf. Wenn sie mich hier sehen, riskieren sie nicht, das Tor zu öffnen. Mhm, 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 mhm. Hey, Batman! Wo ist denn dein kleiner Freund? Hat mir die zwei Stunden... Mein kleiner Freund ist in der Bett-Unterhose. Nur, dass ihr's wisst. Äh... Warte mal. Ein Glück haben wir das Tor. Ha. Ich probier's einfach. Einen Moment dachte ich, er wurde durch... Das Tor, jetzt! Kein Problem. Erst will sie, dass das Tor zu ist. Und jetzt sollen wir es öffnen. Nächst doch, klem, klem. Und darum, Dummkopf, wirst du nicht fürs Denken bezahlt. Das ist ein Trick der Blederbaus. Zeig dich, B-Man, wenn du dich traust! Oh, seht mal, wer da ist. Batmans kleiner Helfer. Anscheinend hat er dich allein gelassen. Nee, der dachte, ich pack dich im Alleingang. Er nimmt dich nicht besonders ernst. Ich auch nicht. Oh, er legt's drauf an. Hältst dich wohl für witzig, hä? Öffne das Tor. Dieses Mal wirklich. Falls du vorhast, ihn wieder einzusperren, denk lieber nochmal drüber nach. Er hat den Joker in sich. Sie alle. Das heißt, dass sie mir gehören. Ich hol sie mir. Es wäre höchst unverantwortlich, wenn ich das zulassen würde. Batman hat mir schon einmal, Mr. J genommen. Nochmal lasse ich das nicht zu. Hörst du, Batman? Ich weiß, dass du da bist. Yeah. Wo bist du, Batfreak? So, ich warte, bis Harley Quinn da ist. Wie wär das? Nur ein Zittern am Abzug und... Niemand legt seine Hände an die Boss-Lady. Das war nice. Ich mein, jetzt haben wir ein bisschen Trouble, aber... Voll... durchgezittert. Wir werden dich verrecken lassen. Das kam aus, ich bin nicht im Mist. Erledige ihn. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Ist das geil, ey. Ey, das ist so cool gemacht. Ohne Witz. Ich bin sowas von begeistert. Leider nicht so schön wie beim letzten Mal, aber war okay. Wir müssen zu den Zellen zurück. Du nimmst Brown, ich Quinn. Ich kann Harley nicht hier zurücklassen. Ich sollte sie in eine Zelle sperren. Gut, wo liegt sie dann, die alte? Ja, ah, ah, ah. Oh, damit kommst du nicht davon. Ist doch geil. Ah, gefällt mir. Oh. Die Box da unten gefällt mir nicht. Ich hab eben gedacht, die explodiert oder noch irgendwie sowas. Ich hab eben gesagt, die Zellen zurückgekehrt. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Lass mich in Ruhe, Bad Freak. Robin, die Zelle. Nein, nein, nein. Nicht bewegen, Robin. Sie haben sie getötet. Nicht wahr, Henry? Oh, Beds. Du bist so naiv. Suchst immer das Gute in den Menschen. Besonders, wenn sie böse sind. Hm? Schatz! Ich bin zu Hause! Aktiviere Ausbrauchsprotokoll. Jetzt dürfte klar sein, wer das Sicherheitssystem manipuliert hat. Nun, wenn du jetzt so freundlich wärst... Geh rüber zu deinem Freund. Fahr zur Hölle. Sofort. Guter Zug, Henry. Und du, Beds? Die Evolution ist schon komisch. Egal, wie viele Hindernisse sich ihnen in den Weg stellen, die Stärksten überleben immer. Aber, weißt du, was man noch über die Evolution sagt? Sogar Amöben sind dazu in der Lage. Was hast du vor? Ich säubere den Genpool. Selbst ich weiß gerade nicht, für wen ich bin. LePool. Es war... ...aufschlussreich. Hab's mir überlegt. Töte, töte, töte ihn! Das kam... ...unerwartet. Du wirst einfach... ...spektakulär! ...kollegen! Nein, nein, nein! Bitte, Mann! Deine Augen! Du bist der letzte Joker. Die andere Zelle ist deine. Ich muss Scarecrow aufhalten. Danach sperre ich mich selbst ein. Und wenn du scheiterst... ...dann werde ich dich nicht aufhalten können. Nein, 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 nein! Das wirst du nicht tun! Das war krass. Ich hab mir zwar gedacht... ...die Zelle. Es ist die einzig verbleibende Wahl. Argumente eines miese Petersbets. Und du weißt das! Habe ich jetzt die Möglichkeit abzuhauen... ...oder reinzugehen? Ich versuche einfach mal reinzugehen. Komm, scheiß drauf. Du musst es tun! Ich hab mir noch gedacht, dass der Henry... ...total durchdreht. War mir eigentlich echt klar. Tut mir leid, Bruce. Aber es geht nur so. Ich weiß, Tim. Ich halte Scarecrow auf. Master Bruce, ihrem Standort nähern sich zahlreiche Milizen. Es ist der Arkham Knight. Er hat sie gefunden. Ich kümmere mich darum, Alfred. Sind Sie sicher? Ja, es sind ganz schön viele. Ich sag, ich erledige das. Du schaffst das. Natürlich. Du hast mich ausgebildet. Der kleine Backstreet-Boy. So, was kann ich hier drin jetzt machen? Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Einfach rausgucken und mich langweilen? Oh, Mann. Ich hoffe, ich komme nie ins Gefängnis oder sowas, gell? Das würde mich sowas von abfacken. Ach, jetzt hockt er ja da draußen. Jetzt dreh ich wieder durch. Muss ich weggucken und wieder hingucken? Nee. Nochmal drehen. Keine Sorge wegen Robin, Betsy. Ich bin sicher, dass er nicht stirbt. Naja, ziemlich sicher zumindest. Ich meine, der hat ja voll die Hallos schon die ganze Zeit. Die Geschichte von Jason Todd nie zu Ende erzählt, oder? Ja? Hast du dem netten Onkel etwas zu sagen, Jason? Mein Name ist Jason Todd. Wen hast du? Batman. Ausgezeichnet. Natürlich tust du das. Hast du das gehört, Batz? Der Bursche gehört nicht mehr dir. Er ist mein. Mein, mein, mein. Ich kann alles mit ihm tun. Hey, ich hab nie gefragt, was ist das große Geheimnis? Wer ist die Fledermaus? Sein Name, sag ihn mir. Natürlich, Sir. Es ist... Fetzen mochte ich noch nie. Deswegen arbeite ich lieber allein. Niemand, der einem die Pointe versaut. Solltest du auch mal probieren. Du siehst ja, was passiert, wenn man Freunde mit in unser kleines, verrücktes Spiel reinzieht. Okay, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, genau. Du musst in die Zelle. Es ist die einzig verbleibende Wahl. Alles sehr kaputt gerade. Ich hätte jetzt wahrscheinlich auch kontern können. Jetzt bin ich wieder hier drin. Ich frag mich, wie der rausgekommen ist, gell? Also jetzt mal in echt. Wahrscheinlich träumt er das alles oder so. Das ist ja total kaputt. So, und jetzt? Spiel vorbei, oder was? Hallo, Joker. Okay, Bats. Ich hab dir die Geschichte nicht einfach nur aus Spaß erzählt. Naja, okay. Vielleicht doch. Aber es gibt bei der Farbe von Robin und Clown eine Moral. Okay. Nochmal von vorne. Du musst in die Zelle. Gut, ich muss den Konter wohl einsetzen. Das ist die einzig verbleibende Wahl. Was zur Hölle machst du? Das Richtige. Vertrau mir. Hör mir zu! Wir können dir helfen! Du musst das nicht tun! Alfred? Alfred? Du Mistkerl! Du hast die Verbindung abgebrochen! Bad Shit Crazy! Ich habe den Kontakt zu Robin verloren. Wie geht es ihm? Er ist okay. Defektes Funkgerät. Ich bin gerade bei ihm. Gott sei Dank. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Apropos, der Arkham Knight hat eine Panzerschwadrone in die Stadt beordert, um sie abzuriegeln und die Kontrolle wiederherzustellen. Zum Glück ist das angeforderte Upgrade für den Waffengenerator nun bereit. Danke Alfred. Okay, sehr, sehr krank. Sehr, sehr krank. Sehr, sehr krass. Leute, danke fürs Zuschauen. Das war der Part. Ich weiß nicht, bei welcher Zahl wir gerade sind. 23, 24, keine Ahnung. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis dann. Ciao! 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 Vielen Dank.